Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 17. November 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Zu so später ungewohnter Stunde. Also spät für unsere Verhältnisse. Ja. Es ist nämlich schon nach 17 Uhr. Also draußen ist es zappenduster. Eigentlich sollten wir schon längst ins Peri gehen. Wir sind alte Leute. Nee, wir kommen tatsächlich frisch aus dem Kino. Ja. Weil wir uns was angeguckt haben. Le Mans 66. Gegen jede Chance. Tada. Bester, worst deutscher Titel. Untertitel. Seit langem. Ja. Nee, ist so bescheuert. Ja. Im Englischen heißt er ja Ford vs. oder Ford de V Ferrari. Mhm. Den ich deutlich passender finde. Absolut. Aber ja. Wie dem auch sei. Den Film haben wir uns angeguckt und wir wollen euch jetzt erzählen, wie er uns so gefallen hat. Ja. Aber natürlich kommen zuerst wie immer ein paar Fakten. Ja, von mir. Und zwar hat der Film eine FSK 12 und er geht sage und schreibe zwei Stunden und 32. Und das wusste ich aber gar nicht, dass der so lang geht. Also, was heißt lang? Also, ich habe dann nur irgendwann mal während des Films gedacht so, hm, aber da kommt doch jetzt das Rennen. Deswegen ist er eigentlich geht und dann denke ich so, wow, der Film geht ja schon sehr lange. Wobei wir jetzt nicht ständig auf die Uhr geguckt haben. Nein, gar nicht, weil der ist ja wirklich sehr spannend gewesen, um das jetzt kurz mal gleich vorweg zu nehmen. Er ist sehr, sehr spannend. Und, ähm, aber ja, es gibt natürlich auch mal die ruhigen Momente und dann habe ich gedacht so, ja, zweieinhalb Stunden, wow, also, ja, das, aber das sitzt mir auf einer Arschbacke weg, weil spannend, genau. Er hat auch eine wahnsinnsgute Bewertung, 8,3 bei IMDb, ein Metascore von 80 und von Rotten Tomatoes einen Score von 92 Prozent. 92, wow. Ja, habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut. Und, äh, das Lustige nochmal so als Funfact nebenher, weil ich wollte ja unbedingt den Film im Kino sehen und habe dann, ähm, so rumgenörgelt und gemeint, wir gehen jetzt hier unbedingt am Sonntag ins Kino und habe die Karten dann schon online gekauft, bevor ich überhaupt irgendeine Bewertung gecheckt habe. Ja, das war mutig von dir. Gecheckt habe und das habe ich dann im Nachhinein gesagt und dann wurde ich erstmal ganz unglaublich angeguckt von meinem besten Stück hier neben mir. Ja, weil, äh, das ist schon mutig. Ich meine, natürlich hat uns der Film interessiert, der Trailer hat uns angemacht, aber so die Karten ohne irgendwie irgendeinen Review abzuwarten zu bestellen, war mutig. Ja, aber ich war froh im Nachhinein, dass du, dass du es getan hast und ich war auch froh, weil ich ja noch auf dem, auf dem Weg ins Kino zu der meinte, naja, also wenn es jetzt nach mir ginge, dann wäre das eigentlich ein Film, den ich auch zu Hause gucken könnte. Äh, nee, also der ist, den sollte man am besten im Kino sehen, aber dazu später mehr. Ja, genau. So, äh, Regie führt der James Mangold, äh, bekannt, ähm, der hat den Logan gemacht, Walk the Line, Copland. Äh, Kamera, äh, ist der Fieden Papa Michael, der hat, äh, Nebraska gemacht, Walk the Line hat er auch gemacht und, äh, das Streben nach Glück. Mhm. Ja, genau. Ähm, nur kurz, also ich hab, äh, nur für den etwas, also wir haben jetzt nicht viele Fakten rausgeschrieben, weil wir jetzt direkt Kino, äh, nur ein paar Sachen aufgeschrieben und jetzt sitzen wir ja schon mit einer Tasse Tee, also wir, ich hab das jetzt ein bisschen. Ja, wenn du es nicht erwähnt hättest, hättest wahrscheinlich gar keiner gemerkt. Hättest wahrscheinlich keiner gemerkt, so, ich versuch halt immer so, ihr sollt ganz nah bei uns sein, so authentisch wie möglich. Genau. So, dann kommen wir auch gleich zur Besetzung. Äh, Carol Shelby, den es ja wirklich gab, das beruht ja alles wirklich auf einer wahren Geschichte, kann man auch jederzeit, äh, nachlesen, aber bitte macht's nach dem Film, weil ihr nehmt euch da wirklich, also wenn ihr in dem Thema gar nicht drin seid, äh, äh, lest euch vorher nicht ein. Lest euch nicht ein. Haben wir auch nicht gemacht. So, Carol Shelby wird gespielt von Matt Damon, äh, Good Will Hunting, der Martianer, Departed, die ganzen Bourne-Filme, außer einen. So, dann, äh, Ken Miles, der Rennfahrer, wird gespielt von Christian Bale, ähm, Christian Bale ist, ja, Batman. Ja, ist Batman, ist, ist vieles. Ist vieles. Und vor allem talentiert. Genau, Wahnsinn. American Hustle. Genau, der hat nämlich, ähm. Big Short. The Big Short und Vice. Und er hat, äh, Le Mans nach Vice gedreht. What? Wo er ja wieder, äh, ein, ein, ähm, etwas mobbeliges, ähm, er spielt halt Dick Cheney. Bei Vice hat er. Dick Cheney gespielt. Genau, ein mobbelchen. Und jetzt ist er halt wieder ein Viertel von dem, was er halt vorher gespielt hat. Also, das ist wieder der Wahnsinn. Also, genau. Nur so als Funfact auch hier wieder nebenher. Äh, Feinde The Big Short, genau. Dann, ähm, Molly Miles, seine Frau, wird, äh, gespielt von Kate Chiona Belfi. Boah, ich hab's richtig ausgesprochen. Einfach ein paar Mal geübt. Die man kennt aus als Sassanach. Sassanach. Outlander. Outlander. Einer meiner Lieblingsserien. Ja, ich hoffe, dass Netflix mal bitte die nächste Staffel bringt, dass ich mal weitergucken kann. Ähm, die hat auch tatsächlich auch andere Filme gemacht. Äh, Money Monster, wo wir ihn ja nicht gesehen haben. Aber sie hat auch bei Der Dunkle Kristall, die Tephra, gesprochen. Genau. Die wir ja sehr lieben, die Serie. Ja. Die Netflix-Serie. Dann, äh, Lee LaCocca wird gespielt von John Bernthal. Der Punisher. Der Punisher, Baby Driver, Herz auf Stahl. Dann Leo Bibi wird gespielt von Josh Lucas, der, ähm, irgendwie immer so der. So einen schleimigen, vierigen. Ja, also, der immer spielt irgendwas Böses, was Schleimiges und irgendwie ist er immer so ein Unsinn-Part. Ähm, hat er, glaub ich, mal versucht irgendwie bei der Rom-Com, das ist Sweet Home Alabama, hat er ja mal auch mitgespielt. Aber er ist einfach nicht sympathisch und er hat eine saudoofe Frisur in dem Film. Egal. Das wird auch der Zeit geschuldet. Naja. Die anderen hatten alle coole Frisuren. Wobei Matt Damon hatte, da sah irgendwie aus, als ob so eine leichte Dauerwelle vorne drin hatte. Ähm, naja. Dann als letztes habe ich noch den, ähm, ähm, Henry Ford II. wird gespielt von Tracy Letts. Der ist bekannt aus Lady Bird, The Big Short, auch hier, äh, die Verlegerin. Und meine Lieblingsserie Divorce, da spielt er auch mit. Eine deiner Lieblingsserie. Eine meiner Lieblingsserie. Nicht die Lieblingsserie. Ja, ähm, ist tatsächlich, also wenn man ihn, namentlich hätte ich ihn jetzt nicht gekannt, aber wenn man ihn sieht, dann kennt man ihn. Der ist schon, das ist ein ziemlich bekanntes Gesicht, das ist ein älterer Schauspieler, füllt die Rolle des Henry Ford II. gut aus. Genau. Und? Das war's auch schon. Das war's auch schon. Ja, das waren Short Facts. Short Facts reicht ja auch. Alles in allem lässt sich, glaube ich, festhalten, dass der Film grandios besetzt ist. Bisschen die letzte relevante Rolle. Auch der Junge, den hast du jetzt nicht rausgeschrieben, ist auch irrelevant. Also der Sohn vom Ken Miles, der war auch gut gespielt, ist auch eine der Kinderrollen, die jetzt nicht nervig waren, wo er einen relativ großen Part hatte eigentlich. Hatte er, aber jetzt komme ich mir schlecht. Wieso? Schatz, den Namen hätte sowieso keiner gehabt. Ja, wahrscheinlich. Egal. Auf jeden Fall, das war halt wirklich so, man hatte halt im Vorspann die ganzen Namen halt gesehen und wer da halt alles Regie für und Kamera und also komplette Besetzung. Und man hat halt sofort das Gefühl gehabt, das sind Profis am Werk. Und man ist hier gut aufgehoben. Und man wird einen guten Film gleich sehen. Oder man hat schon angefangen. Genau. Gut, dann lese ich mal die Inhaltsangabe des Verlags vor. Was heißt Verlags? Filmspüro. Also des Vertriebs-Fox. Ja, stimmt, Fox. Die beiden Oscar-Preisträger Matt Damon und Christian Bale spielen die Hauptrollen in Le Mans 66 gegen jede Chance unter der Regie von James Mangold. Der Film basiert auf der wahren Geschichte des visionären amerikanischen Sportwagenherstellers Carroll Shelby und des furchtlosen in Großbritannien geborenen Rennfahrers Ken Miles. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Intervention ihres Auftraggebers, die Gesetze der Physik und ihre eigenen inneren Dämonen, um einen revolutionären Sportwagen für die Ford Motor Company zu bauen. Damit wollen sie die dominierenden Rennwagen von Enzo Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966 in Frankreich besiegen. Ja. Ja. Das mit den inneren Dämonen. 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 Habe ich auch gedacht, das ist irgendwie. Bisschen strange. Ja, das hat auch dafür gar keinen Platz gehabt. Also ich habe da auch nichts gemerkt. Und die hatten auch, glaube ich, keine. Nein. Also da hat jetzt keiner irgendwie mit Alkohol gekämpft. Nein, gar nicht. Nee, das war nicht so. Ja, wie war denn unsere Erwartungshaltung? Oder deine jetzt? Ja, also was heißt, also das war wirklich einer mal wieder der guten Trailer. Wenn du den gesehen hast, dann hast du gewusst, okay, das ist eine sichere Nummer. Also wenn du den schauen möchtest, wenn dich das Thema interessiert, dann kann man da echt nicht viel falsch machen. Und deswegen waren meine Erwartungshaltungen also in dem Sinne hoch. Aber ich wusste, ich wusste wirklich im Vorfeld, ich werde nicht enttäuscht. Und ich wurde auch keine Sekunden enttäuscht. Ja, ich war da nicht ganz so Feuer und Flamme. Also ich habe so eine Besetzung gesehen und ich habe ja, ich mag ja eigentlich auch Sportfilme, ob das jetzt Motorsport ist oder was anderes. Das ist eigentlich seltsam. Wir haben auf der Fahrt nach Hause auch nochmal kurz drüber gesprochen, weil wir beide so gar nichts mit irgendwelchen Mannschaftssporten anfangen können. Also wir gucken kein Formel 1, wir gucken kein Fußball, mehr Fußball hin und wieder mal vielleicht eine EM oder WM. Ja, alle zwei Jahre halt. So ein Gelegenheitsgucker, aber kein Baseball, kein Football, kein Gauernis. Nee, also wir sind... Aber trotzdem schaffen es solche Sportfilme halt, wenn sie gut gemacht sind, die sind sie einfach total mitreißend. Also ich liebe ja Sportfilme, wirklich. Also das ist wirklich eins meiner Lieblingsgenres, weil die Thematik halt immer, also dieses, meistens ist es immer so, dieses David gegen Goliath. Es ist immer so eine Underdog-Geschichte. Genau, und dem Falle ja auch wieder, weil in dem Falle ist ja Goliath, ist ja Ferrari. Ford vs. Ferrari. Genau, und Ford hat ja bis dazu überhaupt nicht im Rennsport mitgemacht, also zumindest halt nicht in den großen Stile. Im internationalen. Genau, und ja, und halt auch einfach dieses über sich hinauswachsen und diese Entwicklung halt mit anzuschauen und ich finde es halt jedes Mal wahnsinnig inspirierend, wie die Geschichten dann auch da erzählt werden. Ich meine, es gibt auch ein paar Sportfilme, die sind nicht so toll, aber die meisten, finde ich, sind schon gut. Und ja, mit Motorsport kann ich überhaupt nichts anfangen. Also dieses ganze Formel-1-Gedöns und auch Nesca und so, also das geht mir so am Arsch vorbei, aber das ist wirklich, also wenn man das dann so anschaut im Kino, das ist schon toll. Ja, und mir ging es halt, ich war halt von der, also wir haben ja neulich erst Moneyball geguckt zum Beispiel, den kannte ich da noch nicht, ist ähnlich gelagert, also ist ja auch wieder so ein Sportfilm, wo ich sage, naja, natürlich kann ich mit Baseball überhaupt nichts anfangen. Ich weiß, ich kenne die Regeln, aber es ist irgendwie, flasht mich das nicht, aber trotzdem haben die es halt geschafft, so einen Baseball-Sportfilm zu machen, der halt wieder mitreißend war. Und so viel sei gesagt, Le Mans 66 ist da überhaupt keine Ausnahme, ganz im Gegenteil, ich fand, dass der von der ersten Sekunde an, als der so umschaltet zu diesem Rennen, also wo Sherby gleich am Anfang gewinnt. Sherby Le Mans gewinnt, ich weiß aber gar nicht, für wen er da fährt. Das ist doch eigentlich sein eigenes Auto, oder? Ja, das kann sein. Das ist ja die Cobra, also AC Cobra, wie heißt das? Ja, ich weiß nicht, ja. Gerade eben habe ich es gelesen auf Wikipedia. Ja, ist ja egal. Jedenfalls fährt er halt Le Mans und gewinnt und das ist so der Einstieg und da sieht man ganz, sieht man erstmal zum ersten Mal die grandiose Kameraarbeit, die diesen Film auszeichnet, weil der, also einfach diese Rennen, einfach so unglaublich nah und authentisch präsentiert. Erinnerst du dich, natürlich erinnerst du dich, als wir den Aufbruch zum Mond geguckt haben, da haben wir ja so geschwärmt, dass die Kamera da so im Cockpit und das so fühlbar war, wie es sich wohl anfühlt in so einer Kapsel und genau so ging es mir bei Le Mans. Ja, also ich bin da auch ein paar Mal ordentlich zusammengezuckt. Das Sounddesign ist sehr brachial auch. Ja, ja, schon. Das wäre so, also nur für Insider, oder nee, schade, dass wir es nicht in einem anderen Saal gesehen hätten. Das wäre wirklich der Wahnsinn gewesen, weil wir haben ja jetzt hier in unserer Heimatstadt auch einen Saal mit Dolby Atmos und das wäre natürlich echt toll gewesen, aber da wir jetzt ja an einem gemütlichen Sonntagmittag gegangen sind, war halt kein Atmos in die Air. Nee, hat uns jetzt trotzdem aufgeholt. Aber das fällt uns, ist uns sofort ins Auge gefallen, dass das Sounddesign und die Kamera gerade in diesen eher actionlastigen Sequenzen sehr, sehr, sehr cool war. Und da bist du schon ein paar Mal im Sitz auch zusammengezuckt. Ja, ich bin einmal sogar richtig so aufrecht dann gesessen, also so quasi bin ich dann zurück, weil ich gedacht habe so, oh mein Gott, ich muss da jetzt so gefühlt aus dem Weg gehen, also so quasi so, weil ich gewusst habe, da kommt jetzt gleich ein Autoreifen geflogen und das war also wirklich, wirklich toll. Also man fiebert da absolut mit, das ist der Wahnsinn. Und was halt auch dazukommt, also jetzt das Rennen alleine, hätte ich jetzt noch keinen Film gemacht, ist halt, dass die Zeichnung der Figuren, finde ich, einfach wunderbar gelungen ist, ist ein gutes Drehbuch mit guten Dialogen und vor allem auch mit einer Prise Humor, verleiht diesen Figuren einfach Herz. Ja. Und das halt bis zur letzten Nebenfigur, also auch die, die man hasst, du hast einfach Reflexionsflächen, du hast Hassfiguren, Identifikationsfiguren, du leidest mit den Figuren mit, die gehen dir ans Herz und das ist halt das, was den Kern eines guten Films ausmacht und das trägt auch den Film und Matt Damon und Christian Bale sind hervorragend zusammen. Ja, die passen nicht gut zusammen. Die haben, glaube ich, noch gar nicht zusammen gespielt, gell? Weiß nicht, weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber die, die haben beide, also sie sind beides großartige Schauspieler und wenn die zusammen halt auf der Leinwand zu sehen sind, das ist halt einfach ein Genuss. Und vor allen Dingen kauft man ihnen halt auch diese Freundschaft ab. Also der Ken Miles scheint ja wohl ein eher schwieriger Zeitgenosse gewesen zu sein, beziehungsweise halt jemand, der immer geradeaus seine Meinung kundtut und vielleicht auch mal immer ab und zu mal ein bisschen hitzig reagiert. Und der Shelby scheint wohl das Gegenteil davon gewesen zu sein und die haben sich da aber sehr gut ergänzt und vor allem haben die Männer halt sich gegenseitig respektiert und auch das Können und den Genie des anderen erkannt und gefördert. Und das ist schon echt toll mit anzusehen, außer auch die Familie vom Ken Miles, also die hat jetzt auch hin und wieder mal so Momente und die reichen aber vollkommen aus, um die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau zu definieren. Ja, das stimmt. Aber der Carol Shelby, da scheint da keine Familie, da ist gar nichts. Also da ist nur Beruf und seine Kumpels da oder seine Arbeitskollegen oder sein Team, besser gesagt, wo er mit ihm an den Autos schraubt. Das habe ich mich auch, also tatsächlich irgendwann mal im Film gefragt, hat er keine Familie. Wird auch gar nicht erwähnt. Wenn er eine gehabt hätte, frage ich mich, aus welchen Gründen sie nichts gezeigt haben, ob sie sich bewusst einfach nur auf Ken Miles Familie konzentriert haben. Wenn er eine gehabt hat, dann fände ich es ein bisschen seltsam, dass man sie halt überhaupt gar nicht in Erscheinung treten sieht. Vielleicht haben sie sich gedacht, wenn man nicht beiden Familien gerecht wird im Sinne der Charakterbildung, dann lass mal eine davon weg. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, es hat mich jetzt nicht gestört, aber es ist mir einmal kurz aufgefallen. Also hat er, also laut Wikipedia hat er ja eine, weil ich das jetzt gerade mal nachgelesen habe, was hat mich jetzt interessiert. Also er hatte eine Frau Clio, drei Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel. Also Hat man geflissentlich ignoriert. Ja, der Story wahrscheinlich. Ja, und die Story ist ja auch im Grunde relativ schnell erzählt. Irgendwie Ford hat ja so in der Nachkriegszeit mit sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen und beginnt ja auch so mit so einer grandiosen Rede. Er entschließt sich halt im Motorsport einzusteigen und gegen Ferrari anzutreten, die da bislang mehrere Male ungeschlagen, die das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen haben. Weiß ich das dann eher, ich meine das kann man, also ich glaube das spoilern wir jetzt nicht, also weil letztendlich geht es halt darum, dass Ford einfach Wagen baut, die halt nicht mehr sexy sind und die Leute wollen halt Gewinner. Genau, die wollen halt, die haben es jetzt ein bisschen so erklärt, im Prinzip die junge Generation von denen, wo aus dem Krieg halt gekommen sind, die wollen jetzt halt Autos haben, die halt einen gewissen Lifestyle halt einfach repräsentieren und halt nicht so quasi das, was Papa halt fährt, will ich jetzt nicht unbedingt haben und da muss es halt ein Sportwagen sein und Ford hat halt keine Sportwagen gebaut, also bis zu dem Zeitpunkt, das kam dann mit dem Ford Mustang, den man auch in dem Film sieht, der aber anscheinend vom, das was er als Auto halt kann von Ken Malz, fand ich schon ziemlich lustig, weil das wurde schon ziemlich runtergemacht, also dass das als im Prinzip eigentlich mehr Schein als sein ist, also genau und ja und so geht das Ganze halt und geht das Ganze halt in den Gang und dann halt auch diese Rivalität, weil letztendlich beruht es ja auch nur, dass die halt nicht miteinander fusioniert sind und das wusste ich nicht, also ich wusste nicht, dass Ford einen Übernahmeversuch gestartet hat und eigentlich mehr oder minder missbraucht wurde als Druckmittel für Fiat, wusste ich nicht, aber hat plausibel erklärt, wieso hier so ein Konkurrenzkampf entbrannt ist, der dann Ford für sich entscheiden konnte, was ja nicht sonderlich überraschend ist, wenn man die Geschichte kennt, aber nichtsdestotrotz ist es, wie so oft bei Sportfilmen weiß man ja, wie es ausgeht, also wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man ja, wer am Ende der Gewinner ist und dann trotzdem ist es, oder gerade deswegen ist es ja eine hohe Kunst, dann trotzdem entspannende Filme rauszumachen, auch wenn man das, den Ausgang einer Geschichte schon kennt, wie Apollo 13 zum Beispiel, weiß ja jeder, wie es ausgeht, ja, trotzdem ist es ein spannender Film. Ja, wobei das Ende, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon wieder drüber reden, aber das... Man kann ja im Spoiler-Teil drüber reden. Ja, genau, weil da kommen, das sind jetzt nochmal so ein paar Sachen am Ende, also jetzt nicht das komplette Ende, also so... Ja, das liegt aber eher daran... So die letzte halbe Stunde, wo dann so denkst du, wow, na, echt, das ist jetzt aber doof, oder... Ja, nertz. Hätte ich jetzt nicht gedacht, oder... Es liegt halt einfach daran, dass wir uns mit der Biografie dieser Leute einfach nicht auseinandergesetzt haben und es gab für uns die ein oder andere Überraschung, aber das, glaube ich, erklären wir dann im Spoiler-Teil. Ja, es gibt über den Film eigentlich erstaunlich wenig zu sagen, weil, falls man es uns jetzt nicht anhört, uns hat der wirklich vollends begeistert. Ja, ich denke mir halt auch so, weil bei Joker, da haben wir ja zum Beispiel eine Stunde alleine im Nicht-Spoiler-Teil gesprochen, also da konnten wir uns ja wirklich, aber da ist es halt so. Ja, das liegt einfach an dieser Meta-Ebene, die bei Joker halt ständig mitschwingt, ja, und da kann man sich halt auch viel, ja, philosophischer, sag ich jetzt einfach mal, unterhalten. Wobei... Das ist ein Rennsportfilm. Ja, aber in der heutigen Zeit, da könnte man jetzt natürlich auch drüber philosophieren, ob jetzt ein Film über schnelle Autos in Zeiten der Klimakrise halt... Ja, das ist aber so, also ganz ehrlich, überhaupt noch Sinn macht, aber ich habe dann auch immer so irgendwie gedacht, ja, aber das ist jetzt halt einfach eine Geschichte von früher und das braucht man sich jetzt auch nicht malig machen. Also ich finde, ich finde durchaus, ich meine, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht über das Thema, darf ich jetzt eigentlich als jemand, der den Ernst der Lage, nenne ich es jetzt einfach mal, erkannt hat und auch weiß, dass Verbrenner, Verbrennungsmotoren einfach, ja, dass die ja eigentlich, dass man die abschaffen müsste und zwar möglichst schnell, darf ich denn als so jemand Autos mögen oder darf ich denn Autos schick finden? Und ich finde schon, weil Autos, ich meine, ich muss die ja nicht fahren und ich sehe halt in so Autos neben Design einfach auch eine Ingenieursleistung und man darf ja jetzt nur, weil sich, weil das sich halt als klimaschädlich erwiesen hat und also Dinge, die jetzt schlecht sind, deswegen darf man ja die Leistung nicht einfach abtun. Nein, gar nicht, vor allem halt, ich finde ja das Auto an sich, ich bin ja eh ein riesen Ford Mustang Fan, also ich Es ist ein schönes Auto. Es ist ein Wahnsinnsauto und auch, was der Film, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber so ein Film zum Beispiel wie Nur noch 60 Sekunden, der davon lebt, wie dann halt ein Shelby Mustang halt dann von Nicolas Cage da durch die Straßen gejagt wird, weil er den halt noch ums Verrenken klauen will. Das sind halt einfach Meilensteine und es ist, ja, es ist einfach ein geiles Auto. Es ist und auch der Sound, also für jemand, wo ein Toyota Jahres fährt, ist dann so ein Auto dann so, oh mein Gott, ja, ich kann die Faszination und auch die Begeisterung kann ich vollends nachvollziehen. Aber auch, wie du schon sagst, ich muss das dann trotzdem nicht fahren. Genau, das ist ja eigentlich so die, was heißt, die Transferleistung, aber einfach zu sagen, ich finde Autos cool, ich mag diesen Sound, ich mag diese Klassiker, ich mag, wenn der, die haben das ja auch super gemacht, wenn der den Wagen umgelassen hat, dieser brachiale Sound einfach von diesem 7-Liter-Motor, den der da damals hatte, das ist schon krass, ja, aber trotzdem muss ich halt mich am Ende auch hinstellen können und sagen, ja, alles schön, war alles schön und jetzt lass uns mal weiter. Ja, jetzt geht es halt nicht mehr. Weißt du, also keine Ahnung, es ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber Straßenlaternenlicht aus Petroleumlampen war früher vielleicht auch romantischer. Hat man halt festgestellt, ist halt scheiße, Rust oder Glühbirnenlicht war früher auch, was weiß ich, hat auch Wärme gespendet, keine Ahnung und jetzt machen wir halt LEDs, also genauso finde ich halt, dass Verbrennungsmotoren und Autos dieses Kalibers vor allen Dingen, solche Sportwagen, ja, einfach der, der Geschichte angehören. Ja. Ja, und es wird Zeit für einen Wechsel und mit diesem Plädoyer entlassen wir euch jetzt in den Spoiler-Teil. Ja. Wie gesagt, geht rein, guckt euch Le Mans 66 an, es ist ein wahnsinnig mitreißender Film. Er hat uns wirklich auch nicht, also jetzt nicht nur wegen der Rennen, sondern auch emotional berührt, also ich hatte ein paar Mal wirklich einen heftigen Kloß im Hals. Ich musste ein paar Mal sehr herzlich lachen. Ja. Und das ist echt eine dicke Empfehlung. Ja, absolut, ja, geht rein. Guckt ihn euch am besten im Kino an, eben wegen des Sounds. Ja. Ja, unbedingt. Nun denn. Nun denn. Machen wir Spoiler-Teil. Ja. Ja. Krass, 25 Minuten. Ja. Ist ja nicht schlimm. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Können wir auch mal eine kurze Folge machen. Müssen wir nicht, dafür war die letzte länger. Ja, ja, genau. Müssen wir ja wieder irgendwie kompensieren, die letzte war fast eineinhalb Stunden lang oder sogar länger. Weiß ich gar nicht mehr. Über eineinhalb Stunden. Ja, es gibt ja, manche hören sich ja die Folge dann zum Beispiel an auf dem Weg zum Kino und dann. Manche haben sich so beschwert, dass es zu lang ist. Ja, genau. Naja, das dürfte jetzt passen. Es müsste jetzt passen. Also wenn euer Weg von zu Hause zum Kino 25 Minuten ist, dann ist die Folge perfekt für euch. Genau, weil jetzt gehen wir ins Spoiler-Teil, der aber auch relativ kurz ausfallen wird. Ja. Gab es denn irgendwelche besonderen Momente oder Szenen, die dir besonders gut gefallen haben? Also erstens mal fand ich den Charakter von Ken Miles, also ich fand das unglaublich. Also wenn der wirklich so war, dann Hut ab, weil dieses, auf der einen Seite, und das ist halt das, was halt ein Genie, und ich muss ihn jetzt echt Genie nennen, wieder ausmacht, ist halt, dass, ja, Genies dürfen halt auch mal ein bisschen, ja, durchgeknallt, ein bisschen so exzentrisch sein und er ist halt super exzentrisch. Und das ist auch gut so, weil, ja, es braucht einfach auch mehr Menschen mit Ecken und Kanten und das war definitiv einer, wenn er so war. Dass er ein Engländer ist, hätte man sich eigentlich denken können, weil er hatte immer eine Tasse Tee irgendwie griffbereit. Und, ja, und ich fand es halt auch so beachtlich, weil wie er halt dieses Auto, oder die haben ja beide an dieser Entwicklung, an diesem Shelby Ford GT40, haben sie ja gearbeitet und haben dieses Rennauto entwickelt. Und wie er mit einer Präzision eines Uhrmachers an diesem Auto rumgedoktert, also bis halt alles genau so passt. Und das ist wirklich, also das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und das ist, also Hut ab vor Menschen, die einfach sich in ihrem Metier meisterlich auskennen. Da habe ich jedes Mal Respekt vor. Und es ist egal, was, naja, vielleicht nicht Tiere ausstopfen oder umbringen. Nein. Aber, ja, ich schwenke es schon wieder ab. Entschuldigung. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt einfach, also ich sehe das genauso, wenn jemand für was brennt und man spürt das und der Film schafft das ja auch, dieses Feuer da zu vermitteln, mit dem die da an diesen Autos rumschrauben. Ich habe keine Ahnung von Autos, von Zylinderkopfdichtung und Ventilen, was der Geier was. Aber trotzdem spürt man halt einfach diese Leidenschaft für diese Maschine. Und das ist Ingenieurskunst. Das muss man einfach so sagen. Und natürlich auch das Genie und den Wahnsinn, Autos bei dieser Geschwindigkeit zu fahren. Wir sprechen von 1966. Also da, ich glaube, man kann sich das nicht im entferntesten vorstellen, wie es ist, in so einem Auto zu sitzen, das irgendwie 320 Stundenkilometer fährt. Das hat mit heutigen Rennautos überhaupt nichts mehr zu tun. Also die Sicherheitsstandards sind heute viel, viel höher. Da standen Leute an der, in den Kurven, an den Schikanen, wo heutzutage einfach kilometerweit niemand mehr stehen darf. Das ist krass. Die fahren ja da auf, ich weiß nicht, eine echte Rennstrecke. Da haben sie auch Landstraßen abgesperrt für Le Mans, oder? Das ist ja keine echte Rennstrecke. Oder doch? Ich glaube schon, ja. Doch. Ich google das mal. Ich google mal. Genau. Und das ist halt, also einer der tollsten Szenen ist ja dann halt auch später, weil da ging es ja immer im Prinzip darum, also der Carroll Shelby wollte ja immer den Ken Miles als seinen Rennfahrer haben. Und letztendlich ist es so, dass der halt, weil er halt so exzentrisch ist, weil er halt einfach die Meinung hat und sagt, gleich mal mit einem der obersten Ford-Bosse halt sich aneckt. Und seitdem will der halt die ganze Zeit ihn boykottieren und will ihn eigentlich auch gar nicht dabei haben. Und er schafft es dann kurzzeitig ihn auch mal wieder aus dem Team zu schmeißen. Ob das jetzt wirklich so ist, das muss man... Beim ersten Versuch Le Mans. Beim ersten, genau, also... 65, ja. Nein, bevor Le Mans überhaupt gewesen ist. Also die haben ja... Das war ein anderes Rennen. Nee, das war Le Mans. Echt jetzt? Ja. Nee? Das war 65, der erste Versuch, der ist ja gescheitert. Und da haben sie ja den Ken Miles nicht mitgenommen. Okay. Stimmt, die sind ja nach Frankreich, aber die haben gar nicht gefahren. 24 Stunden gefahren, ja. Okay. Übrigens ist es ein... Ich war da nicht auf der Toilette, ich war schon anwesend. Das ist komisch. Es ist eine teilpermanente Motorsport-Rennstrecke, die zum größten Teil 9,2 Kilometer aus im Rennbetrieb abgesperrten öffentlichen Landstraßen bei Le Mans ergänzt durch 4,4 Kilometer permanente Rennstrecke. So wie diesen Boxenanlagen. Deswegen waren wir so verwirrt, weil die Boxenanlagen natürlich fest installiert sind, die sind nicht irgendwo in der Pampa. Ja. Ja, auf jeden Fall. Er hat ja immer versucht, ihn da aus dem Team raus und sie haben es dann... Er hat es dann aber zum Glück wieder zurückgeschafft. Aber auch nur, weil der Shelby sich den Ford Junior, also nicht Ford Junior, also Henry Ford den Zweiten geschnappt hat und hat ihn in das Auto buxiert und ist mit ihm dann eine Teststrecke gefahren. Und ja, man weiß es nicht, hat er jetzt geweint? Hat er gelacht und geweint? Man weiß es nicht, hat er sich in die Hosen gemacht? Also es ist unglaublich. Also man sich dann überlegt hat, wie er da mit ihm mit dem Auto gefahren ist. Und man denkt sich so, ja, wenn ich jetzt da drin gesessen wäre, ich glaube, mir würden dann auch die Haare zu Berge stehen. Das war schon sehr witzig. Ja. Ja, aber ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob das jetzt 65 war. Aber ich glaube schon. Also die sind auf alle Fälle einmal gescheitert mit ihrem Versuch. Und da meinte ja der Shelby dann zum Ford, diese Rede fand ich auch ziemlich cool, wo er natürlich nach dieser Niederlage dann zitiert wird zum Ford Boss persönlich und erwartet halt, dass er jetzt hier gefaltet wird. Aber der verteidigt sich ja eigentlich ganz gut, der Shelby. Und meinte ja nur so, ja, jetzt haben sie Ferrari genau da, wo sie sie haben wollen. Erklären sie sich. Oder Erklärung oder irgendwie sagt er da, so ganz trocken. Er sagt, naja, wir sind auf freier Strecke und sind Strecke-Korde aufgestellt. Sie wissen, dass wir schnell sind. Und wenn sie jetzt noch einen richtigen Fahrer hinter der Steuer setzen, dann, ja, und so war es dann auch. Ja. Ich weiß jetzt auch, wie gesagt, wir haben uns ja mit der Rennhistorie jetzt nicht beschäftigt. Wir wissen jetzt nicht, wie akkurat das ist. Aber ich nehme halt mal an, dass das einigermaßen akkurat ist. Natürlich schmückt es und fällt mir so ein bisschen aus, gerade so die persönlichen Ereignisse, glaube ich. Ja, das stimmt, ja. Kann man jetzt ja auch, ja, wenn sie sich doch diverse Freiheiten rausgenommen haben. Also was ich dann nur ziemlich, also, ja, also was mich schon ziemlich, ja, traurig, traurig nicht. Aber wo ich einfach gedacht habe, ah, das ist jetzt schon fies, weil auch der, das ist ja dann wieder auf dem Mist von diesem Leo Bibi dann gewachsen, der dann wollte, dass halt dann Ford alle drei Autos dann halt zum Schluss in die Rennen, in die Zielgerade halt fahren. Und ihm wurde das, also dem Ken Miles wurde das dann auch gesagt. Und er sagt sich so, nee, das will er nicht, weil dann will er seinen Sieg, will er nicht verlieren. Und dann besinnt er sich zurück und sagt sich so, okay, dann bin ich halt mal Teamplayer. Jetzt füge ich mich mal ins große Ganze und fahre halt, lasse meine Kollegen halt dann mir nachfahren. Und dann kommen wir zu dritt in die Zielgerade. Und dann nur, weil er später gestartet ist, also der andere hatte 40 Meter Vorsprung und somit war er nicht der Sieger. Und das fand ich dann schön. Ja, der ist hinter ihm gestartet, hat somit die längere Strecke zurückgelegt. Genau, und das war dann schon bitter. Ja, wobei das echt ein toller Moment war, also wo er sich, wo er in den Rückspiegel geguckt hat, irgendwie niemanden gesehen hat und hat sich ja gedacht, naja, wenn dann ist er jetzt alleine. Ja, war ein toller Moment, aber ich hätte dann nicht gedacht, dass das dann dabei rauskommt. Das war dann so ein bisschen, ja, also schade, schade, schade. Aber trotzdem, wir haben es ja gut weggesteckt, haben sich sofort über die nächste Version vom Ford GT unterhalten. Und dann kommt das nächste Traurige, weil er dann bei der Testfahrt dann stirbt und das Auto fängt dann Feuer und er kommt halt nicht mehr raus. Nein, das war traurig. Ich konnte das jetzt gar nicht wahrhaben. Ja, das war so, oh mein Gott, das ist jetzt nicht der Ernst. Also so, schade. Und er ist ja am Unfallort, ist ja gestorben. Ja, hast du das nachgelesen? Ja, an schweren Kopfverletzungen. Also das Auto hat sich dann aus irgendwelchen Gründen, also es ist bis heute nicht geklärt, warum das Auto von der Spur abkam und dann auch Feuer gefangen hat. Also genau, das war dann schon traurig. Ja, vor allem, ja, ja und das ist halt auch ein großer Verdienst dann auch des Films, dass man dann halt auch wirklich trauert, dass es einem halt nicht egal ist, dass jetzt der halt da stirbt, sondern dass man halt genügend Zeit mit diesen Figuren verbringen konnte, um sie halt, ja, damit sie einem halt ans Herz wachsen. Ja, das stimmt. Und sonst, ja. Eine andere Szene, die kannte ich eigentlich schon vom Trailer, aber da bin ich sogar richtig erschrocken, aber so richtig laut wieder so. Ja, Entschuldigung, alle im Kinosaal. Und zwar, wo Matt Damon und, also der Kerl Shelby und der Ken Miles sich zusammen halt prügeln, weil er ihn halt dann leider verraten hat und er brauchte ihn dann natürlich nach der ersten Niederlage, wollte er ihn wieder zurück ins Team holen und dann prügeln die sich halt erstmal und dann lässt der, der Ken Miles, der lässt dann mit der Faust, haut er ihm voll auf die Nase und das lässt einen Schlag. Da bin ich so erschrocken und ich wusste aber, dass das ja passiert ist, dass die sich jetzt gleich prügeln. Aber das war, doch ich schon, das war schon super. Ja, das war auch eine tolle Szene. Ja, vor allem seine Frau dann halt super cool, die nimmt einen Klappstuhl, hockt sich halt an den Straßenrand und guckt den beiden Jungs zu, wie sie sich da prügeln. Und das war schon sehr lässig. Das war echt lustig. Ja, da sind wir schon am Ende, oder? Oh mein Gott, ja. Das war eine Highspeed-Folge heute. Passend zum Filmen. Ja, ja, stimmt, stimmt, passend zum Filmen, stimmt. Wir haben auch die Schalmauer durchbrochen. Highspeed, Film-Highspeed-Folge. Ja. Ja, gut, was wollen wir denn auch lang rumlabern, wenn es aus unserer Sicht da nicht mehr zu erzählen gibt? Ja, ich finde das in Ordnung. Ja. Ja. Dann, was gibt es denn für einen Ausblick? Welchen Film werden wir denn als nächstes gucken? Also, ich gehe mal davon aus, dass wir dann Mitte Dezember Star Wars anschauen. Ja, das wird wohl unser nächster Kinobesuch werden. Und, ja, also für alle, die den Trailer gesehen haben, wir haben ihn jetzt auch nochmal gesehen im Kino und es gibt eine Szene, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, da gehen wir dann darauf ein, aber mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen. Also, ich glaube, dass das hoch emotional wird. Ich habe ja, ich habe ja, ihr kennt ja unsere Meinung zur Episode 8 und es ist einfach, trotz allem, ja, obwohl ich jetzt da schon so ein bisschen mich distanziert habe von Star Wars und ich dachte mir, ja, komm, freust du dich da jetzt wirklich noch so drauf? Ja, irgendwie schafft es der Trailer und irgendwie ist meine Hoffnung in J.J. Abrams dann doch so groß, dass er den letzten Teil schon so hinbiegen wird, dass mich das noch abholt. Also, ich glaube schon, also der Trailer ist der Wahnsinn. Ich habe so ein bisschen so Angst, dass er, ups, dass er zu viel erzählt hat, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Hast du Ahnung, was passiert? Das ist ja nur Momente, aber ich habe keine Ahnung, was es da geht. Nein, 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 ja, habe ich auch nicht. Naja, dann hat er auch nicht zu viel erzählt. Na gut. Dann hat er auch nicht zu viel erzählt. Okay. Ja, dann haben wir noch eine ganz dicke, dicke Serienempfehlung für euch. Ja, und zwar für alle, die Sky-Ticket haben und für alle, die es nicht haben, dann wird es Zeit. Ist aber nicht mehr lange im Programm. Ist nicht mehr lange im Programm, okay, dann. Deswegen haben wir das ja so schnell noch durchgeguckt. Ja, ich habe es da gar nicht aufgepasst, stimmt, vielleicht im November. Naja, okay, also falls ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, The Newsroom zu schauen, dann schaut euch das an. Also, dann tut das bitte, weil das ist eine unglaublich gute Serie. Da geht es um einen Nachrichtensender, der in New York spielt und Jeff Daniels spielt mit und viele, viele andere. Ja. Und ja, ist der Wahnsinn. Also, das ist wirklich ganz große Fernsehkunst. Also, ich finde halt, auf der einen Seite dieser Einblick in so eine Nachrichtenredaktion einfach mal interessant. Dann muss man dazu sagen, es ist eine Serie, die von Aaron Sorkin ist. Jeder, der Aaron Sorkin kennt, weiß, für was er steht. Er ist einfach ein begnadeter Drehbuchautor. Der hat West Wing geschrieben, zum Beispiel, die ja im Weißen Haus spielt. So eine Poliziere, die ja auch von den Kritikern gefeiert und von den Fans geliebt wird. Der hat Social Network geschrieben, der hat diesen Steve Jobs Biopic geschrieben. Der kann einfach Dialoge schreiben und das ist so bam, bam, bam. Also, das sind einfach blitzschnelle, blitzgescheite Dialoge gepaart mit wirklich liebenswerten Figuren, die einem auch total ans Herz wachsen. Ja, sofort. Und man fiebert damit. Das ist eine Achterbahn der Gefühle. Wir haben echt gelacht, wir haben geheult. Das war eine ganz tolle Serie. Ja, also, vor allem halt, das ist mal wieder so eine Serie, die geht ja nur drei Staffeln und man soll ja immer dann aufhören, wenn es am besten ist. Also, ich hätte jetzt locker noch mal ein paar Staffeln gucken können, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum sie nach drei aufgehört haben. Aber das war jetzt wieder so eine Serie, dass nach drei Staffeln, also, ich habe jetzt da wirklich Rotz und Wasser geheult, weil das jetzt halt schon vorbei ist und weil das halt wirklich eine tolle Serie ist. Und es sind halt auch Figuren, natürlich sind die alle larger than life, aber das ist halt auch mal wieder so, einfach auch mal Figuren zu sehen. Also, ich meine, das, wo auch so ein bisschen einen so inspirieren, auch mal wieder, ja, vielleicht auch über sich selber hinaus zu gehen und zu sagen, so, okay, hätte ich jetzt da auch so reagiert oder, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist halt toll, also einfach solche Figuren zu sehen. Ich meine, die, es gibt ja immer so Serien, wo halt die Realität dann so feiern und dann meistens die Darsteller dann auch sehen auch dementsprechend aus. Ja, da bin ich nicht so ein Fan von. Also, weil, also, das, was ich draußen sehe, das muss ich nicht auch nur im Fernsehen sehen. Also, sorry. Also, nicht die Hochglanz-Serien, wie es meistens, also zum Beispiel, ich bin ja kein Fan von diesen ganzen Warner-Comic-Verfilmungen, weil das ist, die sind mir alle zu schön, die Leute, oder dieses ganze… Alles zu hochglanzpoliert. Das ist alles so, diese typischen amerikanischen Serien. Und dann machen sie halt meistens immer genau das Gegenteil und das ist dann aber das, was ich da draußen sehe und das will ich eigentlich auch nicht sehen. Also immer so diese, diese gute Mitte. Ja. Um das Ganze zu erklären. Newsroom ist schon ein bisschen älter, ist glaube ich von 2014. Oh, Anfang 2000er, oder? Nee, 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 so weit nicht. Was? Schau mal bitte. I googled that for you. Thank you. Newsroom, the Newsroom von 2012. Okay, na gut. Ja, also schon ein bisschen älter, ist aber grandiose, grandiose Unterhaltung. HBO natürlich, die stehen für Qualität, wurde ausgestrahlt von 2012, 2013, 2014, genau. Und die ist halt jetzt auf Sky momentan zu sehen. Und das Coole an der Serie ist halt auch, weil sie hat halt in jeder Folge immer einen realen, also natürlich auch reale Bezüge, natürlich sehr Amerika-lastig. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die kriegt man, die hat man natürlich auch mitbekommen. Da ist unter anderem halt dann der Boston-Marathon ist mit dabei oder… Ex-Valdez oder irgendeine Ölplattform. Ja, das fängt gleich am Anfang, das ist ja… Ja, es ist nicht nur… Ich komme jetzt auf den Film nicht, wo das ja auch thematisiert. Deep Horizon? Nee, doch. Border Horizon. Deep Water Horizon. Deep Water, nee, ist egal. Ja, und dann halt auch Occupy Wall Street. Also es gibt so ein paar Episoden halt einfach, wo du halt einfach so als, wenn du dich fürs Tagesgeschehen interessierst, wo du denkst, ah ja, genau. Also es sind jetzt nicht nur reale Geschichten, aber es ist immer schön verankert in der Realität. Ja. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Und vor allen Dingen, was ich halt finde, ist, dass dieser Nachrichtensender, respektive der Autor scheinbar, auch eine Grundhaltung transportieren, die zeitgemäßer ist als jemals zuvor aktuell. Also auch, wenn die Serie von 2012 ist, so das aktuelle politische Weltgeschehen, den würde eigentlich so ein Nachrichtensender, wie eben in der Newsroom dargestellt wird, würde sehr gut tun. Und leider, glaube ich, gibt es halt nicht mehr allzu viele so aufrichtige, also vor allem in Amerika, so die europäische oder deutsche Berichterstattung ist da, glaube ich, größtenteils noch sehr lauter und neutral. Eine Arbeit in Amerika, die New York Times. Ja, aber ich rede jetzt von… Washington Post, also die… Ja, ich rede ja jetzt von TV. Achso, ja, nee, aber prinzipiell, also wenn es um den Journalismus in Amerika geht, also da ist jetzt noch nicht alles verloren, also die halten schon noch dagegen. Wenn man sich bei uns zum Beispiel so eine Tagesschau anguckt, neutraler oder so geht's ja nicht, ja, also ich finde das immer sehr wertfrei. Ja, 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 Entschuldigung, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber so die amerikanischen Newsender sind ja zum Teil ganz stark politisch gefärbt. und das findet man, also ich weiß nicht, gibt es sicher auch andere, ich kenne mich da nicht so aus, aber das, was hier in der Newsroom präsentiert wird, die halt einfach integer und aufrichtig… Aber ich finde es auch wichtig und jetzt, wo du es sagst, natürlich kann man das sich als neutrale Zone, wobei selbst so eine Tagesschau fast… gelingt das ja nicht immer auch irgendwie neutral zu sein, wenn sie dann zum Beispiel gewisse Begebenheiten oder Situationen oder Vorkommnissen halt einen Raum geben, die sie vielleicht eigentlich gar nicht erwähnen sollten. Und da ist es dann aber meistens dann halt in einem Kontext, wo du denkst, ja, das hat's jetzt aber echt nicht sein müssen. Also für uns, weil wir ja schon sehr links und liberal gerichtet sind. Aber das kann man so oder so sehen. Also wenn, ich finde, der Newsroom insofern, es entspricht halt einfach unserem Weltbild und unserer Anschauung, was er macht. Aber wenn man es ganz genau nimmt, bezieht er ja Stellung. Er bezieht er als Stellung als Nachrichtensprecher oder der Sender bezieht er als Stellung. Und das kann man halt so oder so sehen. Wenn es halt zufälligerweise mit deiner Gesinnung übereinstimmt, dann fühlst du dich ja bestätigt. Aber neutral ist was anderes. Ja, wir feiern sowas natürlich ab, weil natürlich das offensichtlich Falsche als Falsche auch hingestellt wird und so. Aber eine emotionale, wirklich vollkommen neutrale Berichterstattung würde das wahrscheinlich eher nicht tun. Aber sie verschreiben sich halt einfach der Wahrheit und das, also uns gefällt sowas. Also wir haben wirklich sehr viel Spaß damit gehabt. Ja, genau. Also ich finde es prinzipiell nicht verkehrt, wenn man seine, es ist natürlich in den heutigen Zeiten nicht einfach seine Meinung zu sagen und unter seiner Meinung auch zu stehen. Und aber das ist halt genau das, was halt in der heutigen Zeit noch so umso mehr wichtig ist, halt gegen manche Aussagen oder Gesinnungen halt einfach gegenhalten. Also immer gegenhalten, weil es halt einfach wichtig ist. Und die Botschaft, wie gesagt, die Newsroom transportiert, ist zeitgemäß. Ist auch heute noch sehr gut anguckbar. Der Vorspann der ersten Staffel wirkt noch so ein bisschen antiquiert. Den haben sie dann auch rausgetauscht in der zweiten oder dritten. So mit seiner Musik fühlt man sich dann an irgendwelche, ja, ABC-Familien-Serie erinnert. Ist aber tatsächlich eine grandiose, wirklich absolut fantastische Serie, die wir jedem ans Herz legen möchten. Und bevor wir jetzt länger über Newsroom reden als über Le Mans 66, entlassen wir, entlassen wir euch einen schönen Resttag, Feierabendstag. Aber nur wenn ihr es zeitlich hört. Wann auch immer ihr das hören möchtet, wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Und wir haben was vergessen, genau. Ich hebe gerade was vor. Frau hält mir was vor die Nase. Wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das wie immer tun, indem ihr euren Freunden von uns erzählt. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten, was tatsächlich schon ein paar getan haben, wie wir festgestellt haben. Ja. Das freut uns sehr. Uns via Flatter unterstützen. Ihr könnt über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- und Geldspinne zukommen lassen. Also das wäre wirklich cool, wenn jeder, der die Sendung wirklich mag, also ihr könnt ja uns ein bisschen bei iTunes liken und dann werden wir vielleicht von mehr Leuten gehört. Einfach ein paar Sterne verteilt. Verteilt mal Sterne zu Weihnachten. Genau. Es wird ja auch bald Weihnachten. Genau. Einfach mal fünf Sterne. Seid doch mal nett hier. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr natürlich in den Show Notes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Okay. So, das war es jetzt aber wirklich. Dann, du hast es irgendwie eigentlich jetzt, äh, nein? Nein, aber ich habe das jetzt echt. Klicke das mal weg. Ich bin heute auch nicht ganz auf der Höhe. Nach zwei Tagen. Ja, stimmt. Du warst ja. Ja. Könntest du eigentlich einen eigenen Podcast nur über die Messe machen? Wahrscheinlich. Der Mann war auf den Spielwiesen in München. Ja. Also als Random Fact. Anderes Thema. Anderer Podcast. Entschuldigung. Na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.